Streetlight Streetlight Und was für ein Beispiel? Das Ding da würde ich noch gefallen? Nein, das darf ich nicht geben. Wieso nicht? Das darf ich nicht geben. Das darf ich nicht geben. Nein, das ist mein Dienstfahrzeug. Kannst du uns mal vormachen, ob er schnell ist mit dem. Aber fahr mal bitte so schnell wie möglich. Das ist ungeheuer schnell. Ungeheuer schnell. Es gibt Pflege, das gefällt uns. Wir spielen um deine Uhr. Um meine Uhr? Jetzt habe ich sie gerade gesehen. Geht auch um das Kettchen? Nein, es muss etwas spezielles sein. Das ist so ein schönes Kettchen. Um die Haare könnten wir spielen. Ja, easy. Die können nicht davor fliegen. Ich erkläre dir jetzt, wie es geht. Wir haben fünf Pollen. Für den Fall, dass wir mit Kettchen spielen. Okay. Wir haben fünf Rasierapparäte. Für den Fall, dass wir mit Haaren spielen. Vier Rasierapparäte funktionieren nicht. Einer funktioniert. Ja, ein Glatzen. Nicht Glatzen. Also bitte. Nein, ein Glatzen sicher nicht. Wie stellst du mich wieder da? Nein, kein Glatzen, einfach da in die Strasse. Ja, super. Nein. Das ist schön, du kannst einen Seitenscheitel machen. Wenn du verlierst, dann machst du einen Seitenscheitel. Hä? Nein, nie. Hinten der Rostschwanz. Ja, zwei Zentimeter. Nein, also einfach unten am Bändchen abschneiden. Drei. Wenn du verlierst. Okay. Nicht okay. Nein, nein. Sag mal, das ist unerhört. Das ist fast etwas brech. Wir müssen dich bestrafen. Also wollen wir das so probieren? Ist dir das lieber? Nein, nein. Nicht mit dem Rasierab. Das ist ein wenig gemein. Ja, also mit der Schere ist fest. Ja, wie sind sie denn vorher gewesen? Ja, ganz kurz. Dann können wir es ja noch mal machen. Nein, jetzt habe ich so schön lange Haare. Ja, sie sind lang und schön. Aber du kannst einen Seitenscheitel machen und dann ist es gasiert. Du mal einen Scheitel machen. Da. Mit dem Scheel in den Haaren. Ja, so. Ja, siehst du? Ist problemlos. Kommt gut? Nein, das meine ich nicht. Okay, dann machen wir den Rostschwanz und hinten ab. Gut. 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 Das ist gut. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wie heisst du? Janine. Nicole. Janine und Nicole. Ah. Ja komm, das ist ganz einfach. Ganz einfach. Ja, du weisst. Du weisst einfach. Fragen wir eins. Janine, aus welchem Tarzanfilm stammt... Aus welchem Tarzanfilm stammt der Bee-Gees-Song Stayin' Alive? A. Flashdance, B. Sada denied, Fever. B. B. Timmt, B. Frage Nummer 2. Welche Spice-Girl hat noch keine Solo-Platte veröffentlicht? A. Spice Victoria oder B. Spice Emma? Immer. 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 Gut. Oh-oh. Tut? Uuh. Nein, das geht nicht. Es guckt nicht. Nein. Glücklich. Frag Nummer 3. Ich kann jetzt ganz ruhig. Wolltest du etwas hinlegen? Nein, nein. Meine Haare, ey. Janine, in welcher Schweizer Stadt hatte David Bowie jahrelang seinen Wohnsitz? Was ist das? David Bowie in Montreux oder in Gstaad? David Bowie. In was? Montreux oder Gstaad. Was sagst du? David Bowie. B. Hi, this is David Bowie. In Montreux. Gstaad war B. Montreux. Ja komm, du hast ja immer noch... Hast du noch vier? Vielleicht brauchst du schon einen, der nicht geht. Nein, der. Dann wird mich wieder hassen. Deine Mutter wird mich hassen. Ja. Wie heisst deine Mutter? Anita. 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 Sorry. Du hast beim Schreien, falls er funktioniert. Nicht dort rein. Weisst du? André, ich schreibe jetzt schon den Gipfel. Nein, das kann ich nicht. Das Ding vom Chef geklauen. Das ist also der Gipfel. Nimm uns wirklich noch ein bisschen weiter. Damit man dich stöhnen gehört. Ja. Wir sagen nicht. Ja. Es ist ja einer, der nicht geht. Oh, warte. Nein! Nein! Das klaue ich gar nicht! Nein! Nein! Kommt aber schön. Nein! Wieso? Nein! Das klaue ich gar nicht! Schau mal, du hast so starre Haare, man bringt es gar nicht schön durch. Nein! Das klaue ich gar nicht! Kannst du ein Schwänzchen aufhängen? Schau mal. Nein! Nein! Das klaue ich gar nicht! Nein! Spinch! Schau mal, wie ich wieder da stehe. Warte mal. Halt mal. Halt mal. Halt mal. Ja, ich hebe ja den Rostschwein. Halt mal. 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 Nein, ich meine Melodie. Nein, das kommt schön. Schau mal. Ich sage dir, du kannst nachher teuer verkaufen, kannst einen Dachsharpinsel machen. Ach, da kann ich so ein Ding frissen. Ist das so schön? Ja. Du weisst, du bist jetzt ein Star. Die Bevölkerung wird ausraschend. Ah! Ich kann nicht saubere Frisur schneiden, wenn du immer reisst. Ja, ich reisse gerne nicht. So, du hast die Waffe auch reissen immer. Ja, schau mal. Hey nein, ein bisschen schöner. Wie heisst dein Freund? Ich habe keinen Freund. Oh, Leck, du bist aber jetzt ganz so schlecht in mir. Den findest du aber jetzt aber nicht. Nein, hör, nein. Nicole. Ah, jetzt, ich kann ausgerissen. Man muss es so machen. Nicole, schau, es kommt gut. Nein, das ist schön. Ich glaube gerne zu etwas. Und schau mal, die Leute schauen dich von vorne an, nicht von hinten. Ja, aber du, schönes Glück ist auch. Nein, aber sie hat sich immer bewegt. Oh, ihr müsst ja gar nichts sagen mit euren kurzen Haaren. Ihr müsst ja gar nichts sagen mit euren kurzen Haaren. Das ist aber schön. Schön. Doch, schau mal. Das ist ein Andenken. Du steig unter, Emilie! Ja, aber ich habe es runtergeschoben. Weisst du, wie viel hätte ich dir abgeschnitten, du? Ja, jetzt ist es gut. Danke für mich, das hast du ganz gut gemacht. Soll ich vorne noch etwas? Nein, 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 nein...